Willkommen zu einem neuen Pitchfrog Tutorial. Heute geht es um die NURBS Surfaces und ich lösch mal als erstes diesen Cube und mit SHIFT und A füge ich hier Surface und dann NURBS Surface hinzu. NURBS Surfaces sind Flächen mit denen besonders weiche Oberflächen modellieren kann und ich wähle diese mal aus und gehe mal in den Edit Modus und da sehen wir jetzt hier dass diese das Ganze aus so einer Art Gitter besteht und dieses Gitter besteht aus lauter Punkten und wenn ich diese hier bewege dann bewegt sich diese Oberfläche mit. Dabei berührt die Fläche diese Punkte nicht direkt sondern es ist so ein Abstand und das liegt an der Gewichtung. Wenn ich jetzt mal diesen Punkt anfasse dann sehen wir hier eine kleine Bewegung aber viel geringer als wenn ich das hier anfasse und das liegt wie gesagt an der Gewichtung und da gehe ich hier mal auf Item und wenn ich jetzt so einen Punkt auswähle kann ich hier bei W die Gewichtung dorthin ziehen. Also ich kann jetzt dem Punkt mehr Gewicht geben das geht bis 100 und kann jetzt gleichzeitig diesen hier ebenfalls noch ein höheres Gewicht geben und dann wird das jetzt so hier lang gezogen. So ich habe jetzt mal die ganzen Gewichtungen wieder auf 1 gestellt. Da ist es wieder so wie am Anfang und was ihr gleich auffällt ist dass diese Linien die zwischen diesen Punkten sind dass diese unterschiedliche Farben haben. Nämlich einmal diese rote hier und diese orange. Und ich gehe mal kurz in die Object Data und da sehen wir jetzt hier die U und die V, also UV-Koordinaten. Das ist dasselbe wie auch bei den Texturen. Da es sich hier um ein reines 2D-Objekt handelt was natürlich im 3D-Raum verformt werden kann. Aber eigentlich sind das immer nur zwei Dimensionen. Und da nimmt man dann den Blender nicht zum Beispiel die X und Y-Richtung, sondern UV. Ja und diese Orangenen, man muss sie auswählt gelben, das steht für die U-Achse, also für U und diese roten hier entsprechen dann der V-Achse. Und ich kann ja mal hier bei Active Spline das Smooth rausnehmen. Und dann haben wir hier, jetzt sehen wir die kleinen Flächen. Kann zusätzlich noch bei Objekt, Viewport Display, Wireframe reinmachen. Jetzt sehen wir die ganzen Flächen aus denen das eigentlich besteht. Ich gehe mal zurück zur Object Data und wir können jetzt hier bei der Resolution die Auflösung ändern. Einmal für den Viewport. Und hier unten für den Renderer. Das heißt, wenn hier eine 0 eingestellt ist, wird der obere Wert genommen. Ansonsten kann ich hier extra Werte einstellen. So kann ich das Beispiel in der Vorschau relativ niedrig auflösen und hier im Renderer dann sehr hoch aufgelöst. Rendern. Ich schalte es mal zurück auf 0 und dann haben wir hier noch unsere U und unsere V-Koordinate. Wir haben gesagt, U sind die gelben Linien. Geht also hier in Richtung dieser orange-gelben Linien. Und V geht hier in Richtung dieser roten Linien, wenn ich das erhöhe. Wenn ich will, dass die Fläche hier ganz aufgespannt wird über die ganzen Punkte, kann ich hier Endpoint einstellen. Und dasselbe wieder für die verschiedenen Koordinaten, also U und V. Und könnt ihr jetzt alles markieren. S drücken, Z und 0. Und dann haben wir jetzt eine reine Fläche. Und wenn ich jetzt hier von oben mit der 7 drauf schaue, kann ich hier anfangen zu modellieren. Und kann hier Form erstellen, könnte ich jetzt ein Hintergrundbild reinlegen und damit hier anfangen Form zu modellieren. Ich mache das Ganze mal rückgängig. Und kann jetzt noch einstellen hier Cyclic. Dann wird es geschlossen. Oder dann, wenn ich den Haken hier wieder ausmache, dann Cyclic V. Also V. Und dann wird es in die andere Richtung geschlossen. Ich kann jetzt verschiedene Befehle hier anwenden. Beispielsweise kann ich alles auswählen. Rechte Maustaste und dann Subdivide. Und dann erhalten wir hier mehr solche Punkte, die wir dann wieder bearbeiten können und anfassen können. Aber ich kann jetzt auch das ganze Objekt auswählen und Shift und D drücken und dann rüberziehen. Da haben wir jetzt zwei, haben wir das Ganze dupliziert. Und wenn ich jetzt die Resolution einstelle, dann wird die für beide eingestellt. Und wenn ich aber hier bei der Runden gehe und hier die Resolution für Active Spline einstelle, dann werden die nur für dieses aktive Element, ich wähle das nochmal aus, nur für dieses Element hier eingestellt. Und wenn ich jetzt hier einen Punkt auswähle und dann das alles auswähle, dann wird es für dieses Jahr geändert. Also extra, dass dieser Wert da überschreibt im Prinzip den Wert hier oben. Ja, wenn ich das Ganze weich haben will, das hatte ich ja vorhin schon, dann gehe ich hier auf Smooth. So, was ich noch machen kann, ich kann extrudieren. Das geht allerdings nicht mit so zwei Punkten. Wenn ich jetzt hier E drücke, dann funktioniert das nicht, sondern ich muss eine ganze Kante nehmen und die kann ich jetzt hier extrudieren. Und wenn ich diese andere Kante will, wähle ich die wieder aus mit der linken Maustaste, E drücken und kann das Ganze hier extrudieren. So, ich gehe mal mit der Tabulator-Taste aus dem Edit-Modus raus und kann jetzt hier auch Shape Keys einstellen. Also auf das Plus und dann nochmal auf das Plus, da muss der Key ausgewählt sein und kann jetzt hier irgendwas verändern. Jetzt ziehen wir mal ein bisschen hier runter, wähle das mal alles aus und gehe jetzt wieder raus und habe jetzt hier diesen Shape Key, den ich hier mit Value verändern kann. Also das Ganze auch animieren mit Keyframes. Wenn ich hier mal auf die Timeline gehe und hier weiter gehe, kann ich das jetzt bewegen und hier I drücken und dann haben wir hier richtige Animation. So, das lösche ich mal wieder raus und gehe mal wieder in den Edit-Modus rein und dann habe ich hier noch Einstellungen für die Surfaces, für die Control Points und für die Segmente. Ja, beispielsweise kann ich hier das Element ausblenden. Das kann ich natürlich auch mit der Taste H machen und dann mit Alt H kann ich das wieder auch vorholen. Wenn ich nur dieses ausgewählt habe, mal komplett auswählen und dann Shift H drücke, dann wird das Unselektierte versteckt, was ich auch wieder mit Alt H holen kann. Zurück holen kann. Was noch ganz interessant ist, ich kann jetzt zum Beispiel so einen Punkt auswählen und dann auf Control Points und dann Hook, Hook to New Object und dann entsteht hier ein Empty. Wenn ich jetzt mal rausgehe aus dem Edit-Modus und klicke das Empty an und wähle das Empty aus, kann ich das bewegen und dieser Punkt, denn dieser Kontrollpunkt geht jetzt mit dem Empty mit und verformt hier diese Oberfläche. Und dieses Empty kann ich natürlich auch wieder animieren und dann wird gleichzeitig die Oberfläche mit animiert. So, mit Shift und A gibt es jetzt hier noch mehrere Möglichkeiten auf Surfaces, zum Beispiel ein Torus. Wenn ich hier in den Edit-Modus gehe mit Tab, dann sieht das so aus. Oder ich schlechte das mal wieder. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, die NURBS Curve. Wenn ich hier reingehe, haben wir jetzt nur diese Linien, die hier aufgespannt ist. Wenn ich wieder will, dass das hier bis zum Ende geht, kann ich wieder alles auswählen. Zu den Object Data Properties gehen und hier Endpoint einstellen. Dann geht es jetzt hier bis zum Endpunkt. Ich stelle das mal wieder zurück. Und jetzt kann ich diese Form nehmen und hier zum Beispiel extrudieren. Ich schalte da mal wieder den Endpoint ein und nach Cyclic. Und jetzt kann ich alles auswählen und das Ganze mit Shift und D duplizieren. Jetzt wähle ich wieder alles aus und kann das jetzt mit der Taste F füllen. Und kann jetzt wieder diese Punkte hier bearbeiten. Und so ist das unter anderem als Modellierungswerkzeug gedacht. Ja, wenn ich dann am Ende fertig bin, gehe ich mal aus den Edit-Modus wieder aus. Und kann hier bei Object Convert to und dann Mesh vom Curve Surface Text. Und jetzt haben wir wieder ein ganz normales 3D-Objekt. Und kann hier wieder weiterarbeiten. So, das Ganze war jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch. Deswegen verlinke ich euch nochmal ein Video von einem anderen deutschen YouTube-Kanal. Der da schon mal ein Video dazu gemacht hat. Und der damit so ein kleines Raumschiff modelliert. Beziehungsweise mal den Arbeitsablauf zeigt. Wie man da mit Hintergrundbildern arbeiten kann. Ja, und dann war es das auch schon für dieses Video. Und vielleicht sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Hitchfrog Das ist heute. Auch wenn wir nicht ökbar werden. Und wir werden uns in einem anderen Video hochgeladen. Bis zum nächsten Mal! Und da sind wir eine neue Folge. Und wir werden uns in einem anderen Video weiter mit den MDR-LG-Kanal. Und wir werden uns in diesem Video wieder mit den MDR-LG-Kanal,